Halb links und dann eigentlich schon einen schönen Grad auf irgendwie. Apropos Grad, das sollte man gerade auch hängen. Morgenstimmung am Einstieg. Wir sind jetzt direkt am Einstieg, es beginnt gleich recht luftig, stärker Passage am Anfang. Wir starten heute, ne? Ja. Weil das Ringer liegt zwar schon, ne? Genau. Und du weißt natürlich wiederum, wie du das Fuchs wohl gehangen bist? Na ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr. Ich hab mir da Fuchs mal wieder irgendwie so eine Höhle in Erinnerung gemacht. Überraschend links und scharf rechts. Aber vielleicht war das da fast zu und nicht die Löse. Und das weiß ich jetzt gar nicht. einer unserer Kölner in Erinnerung kommt ab. Wohらん von St Hughle und Kataraat. Und hier habe ich einen schönen Tag in Erinnerung. Und da haben wir noch eine Höhle in Erinnerung. So, und da, das sieht man von oben nicht, ist er drin, so, jetzt bin ich nämlich drin. Jetzt. Und zwei drauf. Ich werde ein bisschen gewusst wieder, aber da muss die Sänge nämlich. Da muss ich nicht Sänge. Da hänger ich gleich wieder, was ich sage? Ja. Aber da ist um die Kurve ein leichtes Drittel. Sie ist ein bisschen versteckt. Oh man. Oh man. Oh man. Oh man. Oh man. Oh man. Jetzt habe ich eh keine Schlingen mehr gehabt. Jetzt musst du ein bisschen überarbeiten. Oh man. 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 Das war's für heute. 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 Nach dem Klettern ist die Beweglichkeit immer am besten. Ja. Sollst du's einmal besser haben im Leben als wär ich? Ja, schau mal zur Mama, da kommt schon die Mama. Das war's für heute. Das war's für heute.